Ja, heute war der Patrick bei uns singen. Wie hat's dir denn gefallen? Sehr gut. Sehr gut. Also, ja, wir waren ja irgendwie so alle aufeinander ein bisschen gespannt. Aber, ja, ich bin sehr glücklich, dass ihr mir so ein Kompliment gemacht habt. Du hast das hammermäßig gut gesungen, trotz Erkältung am Anfang ist alles super gelaufen. Also, bin ich sehr zufrieden. Hat Spaß gemacht. Toll, vielen Dank. Wir waren auch sehr angenehm überrascht von Patrick, weil es gibt ja Leute, die gehen in die Kabine und sofort ist die Stimme präsent. Da muss man nicht viel sagen, da fluckt's und so war das heute. So war es. Ihr könnt gespannt sein. Schön. Tschüss.